Wenn die realen Gruppen vom Winter auflösen und Zugvögel wie der Kiebitz oder die Graugans aus dem Süden zurückkehren, wird auch ein bekannter Gartenvogel aktiv, die Kohlmeise. Sie ist mit ihren etwa 14 cm Körperlänge die größte und zugleich häufigste Meisenart in Europa. Sie stammt aus der Familie der Meisen und gehört zu den Sinkflugeln. Von Laien wird die Kohlmeise häufig mit ihrer Verwandten der Blaumeise verwechselt, wobei die Unterschiede der Vögel doch beträchtlich sind. Zu den Feinden der Kohlmeise gehören überwiegend Greifvögel, doch auch Marder, Hermeline, Wiesel, Rabenvögel und Haus- bzw. Wildkatzen dämmen den Bestand ein. Die Kohlmeise ist sehr anpassungsfähig, weshalb sie gerne in von Menschen aufgehängten Nisthilfen überwiegend Nistkästen brütet. Der Verbreitungsraum der Kohlmeise zieht sich von Westeuropa bis zum Osten Asien. Allein in Deutschland waren 2008 4,6 bis 5,7 Millionen Brutpaare beheimatet. Doch wie und wie lange brütet eigentlich eine Kohlmeise? Dieser und anderer Fragen versuche ich mit Hilfe einer Nistkastenkamera auf den Grund zu gehen. Der Brutzeitraum einer Kohlmeise liegt zwischen März und Juni. Doch bevor mit dem Brüten begonnen werden kann, muss eine passende Brutstätte gefunden werden. In diesem Fall ein Nistkasten. Nun wird dieser von den Kohlmeisen mit Mosen, Gräsern und anderen weichen Materialien ausgekleidet. Dabei kommen selbst Federn und Tierhaare zum Einsatz. Nachdem die letzten Arbeiten am Nist verrichtet sind, beginnt das Weibchen mit der Eiablage. Von diesem Vorgang ist bis auf angestrengtes Atmen der Kohlmeise nicht viel zu erkennen. Erst nachdem das Weibchen eine kurze Pause einlegt, sind die ersten drei Eier zu begutachten. Nach kurzer Zeit folgen weitere sechs Eier. Von nun an ist das Weibchen größtenteils mit dem Brüten der Eier beschäftigt, weshalb das Männchen in diesem Zeitraum das Weibchen mit Nahrung versorgt. Nach etwa zwei Wochen schlüpften die ersten Küchen. Noch sind sie nackt und blind, doch dies wird sich bald ändern. In dieser Aufnahme kann man gut erkennen, wie das Weibchen einem Küken beim Schlüpfen hilft. Anschließend frisst sie die Schale, um die bei der Bildung der Eierschale verlorenen Nährstoffe wieder aufzunehmen. Mit der restlichen Schale verlässt sie das Nest. Am darauffolgenden Tag sind alle neun Küken geschlüpft. Doch bereits jetzt sind diese sehr hungrig, weshalb nun beide Altvögel die meiste Zeit mit der Nahrungsbeschaffung verbringen. Um eine Verschmutzung des Nests vorzubeugen, werden die Ausscheidungen der Jungtiere in den ersten Tagen nach dem Schlüpfen noch von den Altvögeln gefressen. Später werden diese aus dem Nest geflogen. Im Sommer herrscht für die Kohlmeisen ein großes Nahrungsangebot in Form von Insekten, Raupen und Larven. Im Winter sieht dies jedoch anders aus. Während Zugvögel wie beispielsweise der Kiebitz oder auch die Graugans in den Süden ziehen, ist die Kohlmeise ein Sternvogel, weshalb sie sich im Winter von Samen und Bären ernähren muss. Viele suchen jedoch auch vom Menschen eingerichtete Futterstellen auf. Obwohl das Zufüttern im Winter unter Vogelkuntern umstritten ist, bietet es dem Hobbyornithologen eine gute Chance, die heimischen Gartenvögel besser kennenzulernen. Denn neben Kohlmeisen sind häufig auch Blaumeisen, Rotkehlchen und andere standen Vögel an solchen Futterhäuschen anzutreffen. Doch wieder zurück zu unseren jungen Kohlmeisen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es sind mittlerweile 10 Tage nach dem Schlüpfen vergangen und die Jungtiere haben deutlicher an Größe zugenommen. Mittlerweile piepsen die Jungvögel lautstark um Nahrung, sobald ein Altvogel in den Nistkasten fliegt. Außerdem werden nun die Exkremente der Jungvögel in Form von Kotpaketen aus dem Netz geflogen. Wenn man noch einmal auf den ersten Takt zurückblickt, sind neben deutlichen Größenunterschieden auch andere optische Veränderungen zu erkennen. Mit der Größe hat jedoch auch der Hunger zugenommen, weshalb die Altvögel nun beinahe im Minutentakt in den Nistkasten fliegen. Nach mittlerweile knapp drei Wochen herrscht bereits deutliche Unruhe im Nistkasten. Einige der Jungvögel trainieren sogar ihre Flugmuskeln im Nest. Im Ausflug scheint somit nichts mehr im Wege zu stehen. Und so kommt es auch. Am darauffolgenden Tag verlässt ein Jungvogel nach dem anderen das Nest. Auch wenn sich einige der Jungvögel anscheinend noch nicht so recht trauen. Nun ist das Nest leer. Und wir sind am Ende unseres Films angelangt. Ich hoffe, dass ich mit diesem Film einen kleinen Einblick in das Brutverhalten der Kohlmeise zeigen konnte.